Holger Seitz ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und heutiger Trainer. Werdegang Holger Seitz, der in seiner Jugend unter anderem beim 1. FC Passau spielte, kam 1994 von den Amateuren des 1. FC Nürnberg zur SPVGG Fürth. Hier hatte er von Anfang an einen Stammplatz inne und wechselte nach zwei Jahren innerhalb der Regionalliga Süd zu den Amateuren des FC Bayern München. Hier schaffte er den Sprung in die 1. Mannschaft nicht und spielte so weitere vier Jahre in der Regionalliga. Ab 2000 war es dann der Karlsruher SC, bei dem er in der Drittklassigkeit spielte. Mit dem KSC jedoch, der aus der 2. Bundesliga abgestiegen war, schaffte er in seiner ersten Saison den Aufstieg in die Zweitklassigkeit. 2002 ging er wieder zurück in die 3. Liga und unterschrieb einen Vertrag beim SV Darmstadt 98. Mit den Lilien stand Seitz am 10. Spieltag noch auf einem Aufstiegsplatz. Was folgte, war ein Absturz in die unteren Tabellenregionen und am Saisonende befand man sich auf dem 17. Tabellenplatz, was den Abstieg in die Oberliga Hessen bedeutete. Obwohl Darmstadt in der Folgesaison souverän den Wiederaufstieg schaffte, verließ er den Verein und ging zum Bayern-Ligisten SC Fürstenfeldbruck. Nach drei Jahren dort beendet es als seine Spielerkarriere. Ab 2006 war Holger Seitz neben seiner Tätigkeit als Spieler im Management SSC Fürstenfeldbruck tätig. 2007 wurde er Trainer der Mannschaft. Dieses Amt führte er bis zum 1. März 2008 aus. Er bat, um die Freigabe als Verbandssportlehrer des Bayerischen Fußballverbands arbeiten zu dürfen. Nachdem der Verband ihm diese Stelle angeboten hatte, seitdem kümmert er sich U.A. um die Qualifizierung von angehenden Trainern. Darüber hinaus arbeitet er auch im Bayerischen Talentförderprogramm. Seine bislang größten sportlichen Erfolge erreichte er 2011 als Assistenztrainer von Steffen Freund mit der deutschen U17-Nationalmannschaft durch. Das Erreichen der Vize-Europameisterschaft in Serbien sowie dem Gewinn der Bronze-Medaille im Zuge der U17-Weltmeisterschaft in Mexiko. Dabei konnte in Mexiko statt vor 98.943 Zuschauern im ausverkauften Aztekenstadion im Spiel um Platz 3 die brasilianische U17-Nationalmannschaft mit 4 zu 3 besiegt werden. Zur Saison 2015 16. übernimmt Zeit die U19 des FC Bayern München.